Hallo liebe Leute, ich bin Komponmel 22 auf der XXL Farm. So, wir machen die Arbeit weiter. Wenn wir aufgehört haben. Auch wieder schnell mit der Taschentour. Weil heute wird nur... ...geliefert, geholt, geliefert, geholt. Oh, für mich. Die ganze Zeit jetzt nur so, weil wir... Ja, nichts mehr... Aber es muss ja einen Weg geben, Leute. Gehen wir die mal wieder ab. Gehen wir jetzt wieder weiter. Weiter. Da ist... Da ist... ... welcher Weg... ...irgendwo. Da müsste ich den Weg nehmen. Aha. wir gucken jetzt kurz schnell mal ne die geht komplett auf eine andere Art ja die Botschaften ja sorry die Map kennen noch nicht aus dem Kopf zeigen wir zwar an was wie wo die Wege sein können aber es ist immer noch nicht einfach zu finden weil ich bin da am Montag vorbei und dann einfach links drüber gezogen aber die geht einfach hier hinten auch falsch ich muss hier rüber das ist ja das komische Sachen vielleicht bauen wir noch einen eigenen Weg da rein dann hier links müssen wir wieder rein rechts rein und dann haben wir ich habe nicht gesehen dass der schon aufgefressen hat also schon zu schlucken ja dann wird den Eco jetzt zum Vorteil aber warte mal wie viel haben wir jetzt gerade noch bei der Zuckerfabrik 102.000 ja dann würde ich sagen lieber den Eco schnell holen dann lass ich den mal bei der Zuckerfabrik ah ne lass ihn ja schnell stehen hier nochmal Zuckerrübenfeld lass ihn ja schnell stehen holen wir schnell den Eco mit mir schnell das Ding ob das wirklich schneller geht äh Grundautoloader ja mit 154 passt hier hätte er zum Beispiel auch mit dem Fane 1050 fahren können ja aber ich fahre jetzt schnell mit dem HKW warte auch der muss laufen mal raus aus dem Schlaf so daılı da ecology daropol da 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 weil jetzt das dauert jetzt mit mir überhaupt wird bisschen länger weil er nicht bemerkt dass es viel mehr ding gibt und auf dem ding geht 15 drei das ist das lied vor dem lieben da hätte ich eigentlich die hupen wollte würde auch gern anhanden an unser Fahrzeugen wie zum Beispiel dort um wir haben aber da muss ich mal gucken wie nicht das probieren kann die ruppe so jetzt hier bremsen gut 1 die um der Baum hat mich geküsst nein ich hab den Baum geküsst Vollgas geben hier nein wenn ich aus dem Ding raus fahre links hoch ich hab gedacht das ist Bubi leicht mit einem kleinen Anhänger aber das dauert ja eh nur 3 Tage Alter ich hab mir vor wie nicht das Ding voll Alter da fahren wir rückwärts auf 3 3 2 3 4 5 4 5 2 5 5 5 da kann man hin glaube ich die Plane auf ich müsste wahrscheinlich auch noch die Einstellung einstellen dass ich die Plane noch öffnen kann und man sieht teilweise nichts oh vor allem halt mit mit dem Denkrad ja eben dann eine andere Info für euch auch muss da rein hab ich ja gesehen man sieht die Einfahrt ganz ganz knapp und jetzt stecke ich fest genau ich wollte noch zwei Projekte zulegen das ein Projekt wo frisch rauskommt das drei Tage wird und andere in zwei Tage nur ich weiß selber nicht wie es danach für euch aussieht nicht falsch Leute aha ich müsste sonst einen Umweg fahren und zu anderen wäre auch den Umweg aber da bin ich keine Ahnung Leute wo lange das ich am besten durchfahren soll ich fahre jetzt hier kurz durch die Wiese und fahre jetzt hier kurz durch die Wiese so wie viel Palette kommt rein 50 so jetzt fangen wir mal so an p drücken p ausschalten das ist schnell weggefahren dauert ein bisschen bis sie wieder nachgebohren was wir jetzt hier schön alles aufsammeln können dann wieder zurück mal gucken jetzt habe ich nur 8 den Ring 25 oh wow er ist leer können wir mal kurz gucken guck mal aha er macht nur zweite Reihe alles klar dann ausschalten wir können schnell hier rüber eiten ich versuche vielleicht da noch einen Weg zu bauen das wir kürzere Wege haben weil sonst lange Wege erst mal die Zeit in hinsicht 300.000 hm könnte jetzt schon eine Wiese kauen ähm ja ne erwarten wir genau weil ich glaube für die Teamkriege auch noch irgendwie Geld aber ich glaube nicht viel äh ja äh was habe ich für ein Ding Zucker kurz gucken Zucker 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 ... ... ... Climate ... Wica Post Year SC ... ... ... ja 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 So, den können wir wieder zurückgeben, weil der ist noch gemietet, wie den. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen fast so einen kaufen, zweitens noch ein größerer Tanklaster. Weil den, wo wir haben, das in der langen Sicht wird irgendwann den zu klein. Ich glaube, es ist jetzt schon zu klein, weil der kann, glaube ich, nur 30 Liter Kühe haben schon sämtliche Milch vorproduziert. Können doch ein für ein nach, das kann nur so knapp sein. Weil die, die Produzent so circa 4, 5.000 an Milch. Und wir haben nur noch die frischgeborene, die dauert noch Ewigkeit. Und wir haben nur noch ein paar Minuten später. Oh nein. Sorry Leute, aber die Leute ein bisschen was schaffen. Also 5 Minuten kann ich noch zurückfahren und dann bin ich die 5 Minuten schon fast durch. Ich glaube, da bin ich halt ein zu früh. Wir müssen wieder links. Dann der Motor, also ich weiß nicht, warte mal, wieviel Liter Tank hat er den originalen Kroner Big X 1180. Original. Das ist für 100 Liter Tizzle. Nur mein Motor baut er so, dass er nur die kleine ist. Das ist da nicht. Das ist für 100 Liter, das heißt er vergisst dann und 1000 reinschmeißen. Das heißt, ich müsste eigentlich 1 zu 1 vom Original übernehmen. Auch vielleicht die Kantane, man müsste vielleicht 1 zu 1 übernehmen. Weil die Kantane wird dann, wir haben den schon auf meinem Projekt. Aber Nexler ist vielleicht von einer Anschaffung oder von einem Anfang. Wenn du den nimmst, ist es eh schon übelst einfach. Weil was dir danach fehlt, das sind nur die kleine Sachen oder Biogas zum Beispiel oder sämtliche Sachen. Weil da mein Hof wird dann. Es bleibt dann als Hof. Aber ich glaube, ich kriege den zweiten Kuhstall, wo ich da haben würde. Da habe ich schon eine oder andere Planung, wenn ich vor habe. Aber das seht ihr dann nach und nach. So, wir fahren wir zurück zum Hof. Der kommt wieder an die Anhänger ran. Und ich würde gerne den LKW, den Zugmaschinen, die Anhänger. Danach später die Tanklaster oder der Tank Anhänger. Bloß. Danach die Paletten Autoloader werde ich dann separaten Edaler haben. Wenn man da, wo er jetzt momentan steht, war eng zu reinfahren. Man kriegt so rein, wie man will. Ja. Aber es ist eng. Weil jetzt momentan will ich noch Geld sparen. auch noch Geld sparen. Weil wir sehr, 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 sehr viele Projekte, also viele Sachen vorhaben hier. Ja. Und nächstens ist auch noch, das fällt ja nebenzu, will ich eben auch noch kaufen. Oder Pachten. Weil Pachten ist ja eine Sache, Kaufen ist ja wieder ein anderes. Ja, das sind, das sind immer so zwei Paar Schuhe. Ja. Du mal, sorry Leute, dass wir heute nicht mehr wirklich viel gesehen haben. Also, jetzt brauchen wir keinen Anhänger mehr, oder irgendwelche Anhänger. Aber wenn wir jetzt nochmal so ein normales Feld, also Feld A39, wie ist er, in dem Hof, kaufen möchte, kaufen wir das Ding, oder Pachten wir das Ding. Und dann können wir uns auch wieder was anderes leisten. Weil wir haben bei uns auf dem Hof, äh, Biogas, hast du nicht gesehen, dies, das und jenes. Was sonst? Neu, ich muss jetzt Biogas befüllen, fällt noch rüber, Schnitzel fehlt noch. Ich muss mal gucken, was ich noch so da hab. Und wir sind so am Schluss, mein Lieben, so. Wir verabschieden uns. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.